Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um die fristlose Kündigung eines störenden Mieters, der psychisch krank ist und darum, unter welchen Bedingungen einem solchen Mieter fristlos oder überhaupt gekündigt werden kann. Es geht um ein Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 26.04.2018 zum Aktenzeichen 211 S 192-17. Das Landgericht Frankfurt hatte über einen Fall zu entscheiden, wo eine psychisch kranke Mieterin, das ist unstreitig, dass sie krank war, über viele Jahre hinweg durch Weinen, Schreien, Herumpoltern in der Wohnung die Mieter des Hauses nachhaltig und über sehr langen Zeitraum sehr, sehr doll belästigt hat, bis hin zu Bedrohungen und bis dahin, dass wohl auch andere Mieter sich vor der gefürchtet haben. Und da sagt das Landgericht, hat hier der Räumungsklage stattgegeben und sagt zunächst einmal, ab einem bestimmten Ausmaß von Belästigung muss das vom Vermieter nicht mehr hingenommen werden, auch nicht, wenn der Mieter sozusagen vielleicht schuldunfähig oder in nicht vorwerfbarem Zustand handelte, weil er aufgrund einer Erkrankung vielleicht gar nicht in der Lage war, sein Verhalten zu steuern. Das ist die erste Aussage. Ich muss dazu sagen, aus meiner eigenen Praxis, solche Kündigungen sind schwierig auf Vermieterseite. Da muss man eine Menge vortragen. Also weil jemand, wenn der wirklich anerkannt, was ja durch Gutachten sich belegen lässt, durch ärztliches, psychisch krank ist, dann ist da erstmal mehr hinzunehmen als von einem Mieter, der nicht krank ist. Das muss man ganz klar sagen, weil letztendlich muss man sich das ja aus der Interessenlage auch des Mietvertrages klar machen. Der Vermieter mutet dem Mieter ja auch gelegentlich das eine oder andere zu. Also zum Beispiel, wenn er sich ein Haus auf einer grünen Wiese, eine Wohnung mietet und dann plötzlich entstehen überall Gewerbe und wird es laut und so weiter. Also es gibt ja Dinge, die kann man nicht beeinflussen und die wirken sich trotzdem nachteilig auf das Mietverhältnis aus. Und genauso ist es auch umgekehrt, dass es ja auch hier von einem Mieter nicht zu beeinflussen ist, wenn er erkrankt. Das gehört ja auch zum Leben dazu, dass man erkrankt und eben leider auch psychisch erkrankt. Wir wissen, die Zahlen steigen. Das haben wir ja im Arbeitsrecht sehr häufig als Thema. Das bedeutet also erstmal, hier muss sicher der Vermieter wesentlich mehr hinnehmen. Aber es hat eben, wenn man so will, eine Opfergrenze. So sagt das Landgericht Frankfurt am Main jedenfalls. Es hat eine Grenze, was der Vermieter hinnehmen muss. Dann gab es hier noch das zweite Argument der Mieterseite. Die Räumungsvollstreckung würde eine konkrete Lebensgefahr für die Mieterinnen darstellen. Also insbesondere steht da immer ein Suizid im Raum. Und da hatte allerdings der Bundesgerichtshof schon in einem länger zurückliegenden Urteil noch, das habe ich noch sehr genau erinnern, das haben wir hier auch besprochen, gesagt, dass einer Vollstreckung eines Räumungsurteils auch die nachgewiesene und unstreitige Suizidgefahr des Mieters nicht entgegensteht. Das war damals ein Mieter, der sehr lange in der Wohnung gewohnt hat und wo klar war, wenn das vollstreckt wird, dann wird er möglicherweise nicht mit umziehen. Das war dem BGH, ja nun nicht egal, ist jetzt so hart formuliert, aber der BGH hat sich damit schon auseinandergesetzt, aber er hat gesagt, im Ergebnis hindert das die Vollstreckung nicht. Hindert das aber die Vollstreckung nicht, dann muss man sagen, würde es wohl konsequenterweise auch nicht die Wirksamkeit der Kündigung hindern, weil das wäre sonst ein, aus meiner Sicht, nicht mehr, das könnte man nicht mehr in Übereinstimmung bringen. Insofern wahrscheinlich richtig das Landgericht Frankfurt. Dann sagt das Landgericht noch, was der Mieter so machen muss. Letztendlich ist dem Mieter, so sagt hier das Landgericht, zuzumuten, sich selbst Hilfe zu suchen oder Hilfe anzunehmen, wenn eben aufgrund dieser Suizidgefahr hier argumentiert wird, die Kündigung ist unwirksam, sagt das Landgericht, die ist nicht deswegen unwirksam, weil dir, lieber Mieter, kann zugemutet werden, dass du dir im Falle der Suizidgefahr eben professionelle Hilfe suchst. Ja, solche Argumentationen, inwieweit denn ein Mieter dazu in der Lage ist und inwieweit man hier von Zumutbarkeit und so weiter sprechen kann und so weiter, kann ich jetzt, da habe ich große Zweifel, ja, ob das so die richtige Begründung ist. Im Ergebnis neige ich dazu hier zu sagen, das Urteil ist im Ergebnis richtig. Es gibt eine Grenze, ob die erreicht wird. Ich habe mir jetzt natürlich nicht den Sachverhalt angeguckt, ich habe mir jetzt nur das Urteil angeguckt, ob die hier im Ergebnis wirklich das Urteil trägt, das würde ich jetzt erstmal dahin stehen lassen. Aber es gibt sicher eine Grenze, man muss hier auch an die anderen Mieter denken und man muss eben dann auch an den Vermieter denken, der sich ja auch mit Ansprüchen der anderen Mieter konfrontiert sieht. Und es ist sicher auf der Linie der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass es eben auch bei einer nachgewiesenen Suizidgefahr die Räumung nicht verhindert, dann aber auch die Kündigung nicht dadurch gehindert ist. Insofern immer bei solchen Urteilen mit erheblichen Bauchschmerzen, aber ich glaube, es ist zutreffend und ich denke, es würde auch vom Bundesgerichtshof bestätigt werden. Ob da überhaupt eine Revision bzw. Nichtzulassungsbeschwerde gemacht wird, weiß ich jetzt nicht, aber es liegt, denke ich, auf der richtigen oder auf der Linie der herrschenden Rechtsprechung. Ob die dann richtig ist, werden wir mal sehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, abonnieren Sie gerne den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.